herzlich willkommen und schön dass ihr wieder da seid weising live unsere mod die wir uns hier bei waste department runtergeladen haben wir machen einfach weiter nächstes rennen ist das glück und wir sind hier beim cooper classic fl class wir starten die ganze geschichte und ihr kennt das kurzer schnitt und dann sind wir beim qualifieren wieder auf der session drauf weiter geht's ab ins qualifieren 19 runden fahren wir nachher wenn wir jetzt hier für fünf sechs runden mit viel mehr werden wir wohl nicht schaffen das setup lassen wir jetzt mal so wie es ist hier ich habe da eh noch keine ahnung von und wir vertrauen hier mal der ki dass sie uns hier nicht bescheißt herr car approaching watch your mirrors ok paul we've got eight minutes to do the business Oh, vielleicht haben wir eine Komplettdrehung. Lasst mich heile, lasst mich heile. Fahren wir runter von der Ideallinie hier. So war ja wieder ein guter Start. So war ja wieder ein guter Start. So war ja ein anderes Layout, ne? So war ja wieder ein guter Start. So war ja wieder ein guter Start. Fastest lap for Kunz, 55.2 Meine Güte, die Kurven haben es in sich. Sektor 1 ist 0.6, off the pace. Sektor 3 ist 0.3, off the pace. Your break temperature is fine, mate. Das glaube ich war ganz gut. Fünfter. Okay, so geht es nicht. Okay, Paul. 5 Minuten zu gehen, 5 Minuten zu gehen. Your left side tires are cold. They'll invalidate this lap, track limits. Früher, früher, früher. Kommen wir auf. So blödsinn, blödsinn. Mach nichts dummes, irgendwie überlegt es unrealistisch auf dem grünen. Sektor 2 time is quick. Car right, right side's clear. Two minutes of fuel remaining. Sektor 3 ist 0.7, off the pace. Okay. Hmm. Vielen Dank. We're running on fumes, mate. You're in pole. Sector 3 time is fast. That might be outside track limits. Okay, Paul. You're locking your rear's a lot. Pole position. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Du kennst das. Es gibt wieder einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns zum Rennstart. Ja, und weiter geht's. Ab ins Rennen. 19 Runden. Ich bin gespannt, ob wir das hier durchhalten mit dem ganzen Sprit. Jetzt war ja doch deutlich weniger, was wir dabei hatten. Mal gucken. Get ready. Green, green, green. Hä, was war das denn? Ich hab da schon geschalten. Zu früh. Da stand doch auch kurz der erste. Ah, naja, das ist ja mein Phänomen hier. Die Starts verpasse ich. Die stehenden Starts kenne ich auch nicht so. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Renn-Action. 19 Runden. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. B7. This really isn't good enough. Come on, start concentrating. B7. 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 Du bist der Ausgangsschiff Du bist der Ausgangsschiff Du bist der Lux-Sort Chef Du bist der 55.7 6. Platz, Lottlap, Poser 55.7 Auto rechts Still da Clear rechts Oh, reicht wieder nicht zum Reindiven Oh, hier reicht's Right side's clear Well done, Paul. Great move. Keep it up Left side tires are cold This is good. Keep banging out them lap times, P5. You've just done a 56.0 Keep banging out those lap times Oh, mein Spotter is so geil Crew Chief Ich liebe es The gap in front, car left Clear left That lap was a 55.6 That's your best lap in this session Sector 1 is 0.4 Off the base Car right Hold your line Hold your line Right side's clear Good move, mate Right side's clear Good move, mate Good move, mate Keep it up Ohohohohoh Fuller maneuver joy Don't wait P3 Your lap time was at 54.6 Die Gap 2, Chris, in front ist jetzt 0.9. Wir denken, wir müssen uns von den Tränen gehen. Das Laptop war 55.1. Vielen Dank. Auf der anderen Seite ist es gut in Sektor 1 und 2, Sektor 3 ist 0.6, auf der Pace. Das ist gut in Sektor 3. Sektor 3 ist 0.3, auf der Pace. Sektor 3 ist 0.6, 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 auf der Pace. Sektor 3 dir hoch. Dakis Training. Standing D Sektor 3 aus. . Es ist jetzt 8 Grad Celsius Es ist jetzt 11 Grad Celsius Car right, right side's clear The track temperature's decreasing, it's now 11 Celsius Car right, right side's clear Car right's clear He's still clear right Car left, clear left We're matching race pace, P2, you've just done a 55.7 Air temperature's falling, it's now a 5 Celsius It's more difficult than I thought Come on, pass him already You've just gone out of track limits The gap to Kunz ahead is now 0.9 Your last lap time was at 56.2 Clovis Kunz Interesting name Clovis 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 Oh, on your right Mist Clear right To your laps left, come on, you're looking good for a podium Hello, Clovis 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 Car right He's still there Right side clear Nice moonlight Clovis Clovis die chance zu werden das ist gerade damit flöten gegangen p6 oh gott nein ach klo ist und klar die tipps tja das war's klovis wollte uns nicht vorbeilassen 19 runden anstrengendes rennen für die katz ich schau mal was uns das am ende hier bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel mehr macht aber auch nix was so ist klar wir sind hier erster gewesen und dann waren wir zehnter und finish sponsor money und akku wir haben zu ende gefahren das ist wahrscheinlich das was er ist er für uns in ordnung dann 20.000 haben wir und ganz kurz was hier als nächstes anders koopa uno stage one das ist dann ich glaube die haben wir auch noch nicht gehabt und dann sollten wir das erste mal hier schon bei einer ganz angenehm geschichte ankommen die ts cup geschichte hier monza junior track cordoba den wir gerade auch hatten okay das wird ganz interessant ja so viel dazu vielen dank fürs eingeschalten fürs einschalten wir kommen weiter vorwärts hier glaube ich hatte jetzt noch nicht ganz so viel getan es wird dann interessant denke ich wenn wir die die ganzen dinge abgeschlossen haben die pokale ein bisschen was kommt ja noch wird es hier noch mal hier fahren wir glaube ich dann die zweite genau die zweite hälfte ist dann im februar hier sehen wir dann hier und wenn wir das dann durch haben gibt es vielleicht das erste mal richtig cash wenn wir da irgendwie gut weiß nach vorne kommen 12.500 für p1 ja da müssen wir gucken wo wir hier noch überall reingehen ich glaube die hot car nummer ist nicht ganz so das was ich so cool fand aber gt5 ist ja vielleicht auch noch mal interessant ja wir haben uns dann bestimmt auch anmelden aber das dann schuldig ich bin ein bisschen müde habt ihr gehört nimmst mir nicht übel ich lasse es jetzt einfach so mit drin aber erstmal müssen wir das hier noch zu ende fahren und ja vom film wie gesagt wird das hier erstmal noch nichts bringen vielleicht kriegen wir hier dann fünf dazu so genau habe ich das halt auch noch nicht geblickt so weit waren wir aber auch noch nicht wir werden es ja dann sehen learning by doing aber wenn wir dann da vielleicht ein bisschen film einsammeln können und auf 20 kommen fahren wir definitiv auch die geschichte hier noch mit na 10.000 die haben wir das auto können wir uns dann sicherlich auch irgendwie leasen ja habt vielen dank wie gesagt bleibt gesund habt euch lieb seid lieb zueinander bis zum nächsten mal macht's gut tschüss tschüss ja 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 ja